Und besser wäre, wir würden nicht diese Oberflächenzusammenhänge immer prüfen, sondern wir würden bohren, tiefen Bogen machen. Und das Beste wäre, nicht zu beobachten, zu beobachten, aber zu beobachten, um es zu profondieren. Unsere Vorfahren, sagt Jains, haben dasselbe physiologische Gehirn wie wir. Unsere Vorfahren, sagt Jains, haben dasselbe physiologische Gehirn wie wir. Aber sie verwendeten es für anders. Die rechte Seite versteht Sprache, spricht aber nicht. Auf dieser Seite sind die Stimmen der Götter zu hören. In diesem Hemisphäre sind die Vögen der Götter, die man hört. Die pensée der langen durée. Und auf der anderen sind die Reaktionen und die Konversationen für den Moment. Und das andere Hemisphäre ist beschäftigt durch die Konversationen des Momenten. Da läuft einer unserer Vorfahren, ja, und er muss bis Abend etwas gefunden haben, ja, sonst verhungern wir. Der Stammesherr hat gesagt, du sollst Fische holen. Auf dem Weg zum Fluss sind Gefahren. Und um zu gehen zum Fluss, muss man verschiedene Dengäuern beschränken. Interessante Früchte. Die Früchte. Ablenkungen. Divers, die Divertissement. Mehr Eindrücke als in einem Fernsehsender, am Tag heute, vorhanden sind. Er würde also sicher den Auftrag vergessen mit seiner linken Hirnhälfte. Und wenn er nicht sein Emisphäre gauche hätte, er würde sicherlich seine Tâche vergessen. Aber die Götter halten ihn fest. Aber die Götter halten ihn fest. Und diese Zuverlässigkeiten, ja, nicht, die sind die ursprüngliche Ausstattung des Menschengeschlechts. Und diese Suite in den Ideen, diese Fasson de maintenir, diese Stabilité dans l'agir, eh bien, sind à la base, sind fondamentale pour l'être humain. In der Ilias sehen wir noch, ja, die Funktionsweise, ja, wenn die Pallas Athene sagt etwas, ja, ein Gott führt den Pfeil, ja, ins Herz des Gegners. Das sind alles, aber in der Odyssee, da ist das durch die Liste des Odysseus schon überdeckt. Alors, dans l'Iliade, nous voyons cela, où, par exemple, une Flèche dirigée par la déesse Pallas vient chercher le cœur de l'ennemi, alors que dans l'Odyssée, déjà, on voit que ce niveau-là est déjà recouvert par la ruse d'Ulysse. Das ist der Anfang der algorithmischen Menschheit. C'est le début de l'humanité algorithmique. Und die Spitze davon est Silicon Valley. Et le sommet, le fait de cela, c'est Silicon Valley. Aber, wir sind, sozusagen, gegenüber Silicon Valley, wie Eingeborene. Et par rapport à Silicon Valley, nous nous comportons comme des Indigènes. Un homme aus Afrika kommt 1851 auf die Weltausstellung. Un homme d'Afrique vient à l'Exposition universelle en 1851. So komme ich jetzt, ja, oder meine Freunde, nach Silicon Valley. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous irions à Silicon Valley. Aber, wir könnten die alte Funktion unseres Gehirns, ja, wieder neu erlernen. Et nous pourrions restaurer cette ancienne Function de notre cerveau. Lateralisiert, polyphonen denken. Lateralisation et une manière de penser qui serait polyphonique. Und das sind dann nicht nur zwei Hemisphären im Gehirn. On aurait donc pas seulement deux Hemisphères de notre cerveau. Sondern zwölf. Mais une douzaine. 788. Ou voir 788. Oder une autre Zahl von Klemmnikov. Ou un autre chiffre, un autre nombre de Klemmnikov. Und das ist Homo Novus. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'Homo Novus, l'Homme nouveau. Die Avantgarde hat ein Gesicht nach vorn. L'Avantgarde regarde vers l'avant. Und ein Gesicht wie Janus nach rückwärts. Mais elle regarde aussi derrière, comme Janus. Wo die Réserven liegen. Où se trouvent caché les Réserves. Das ist wirklich Contextualité. Das ist Sentiment. Und das ist Chronique, wie die großen Chroniken arbeiten. C'est ce qu'on appelle Contextualité. C'est ce qu'on appelle le Sentiment. Et c'est ce qu'on appelle la Chronique. Dans le sens des grandes Chroniques que l'on connaît. Also, zunächst einmal, das stehende Bild, die Fotografie. Oder das gemalte Bild, das aber statisch ist. Verträgt sich mit Texten sehr gut. Und wir haben eine Kultur der Embleme im 17. Jahrhundert. Die bewundernswert ist und die würde aufgreifen. Ich habe mit Anselm Kiefer heute Vormittag darüber gesprochen, dass wir das aufgreifen. Ce matin, justement, je parlais avec Anselm Kiefer du fait que nous reprenons cela aujourd'hui. Er schreibt ja Texte in seine Bilder hinein. Puisque il intègre des Textes à ses Tableaux. Ein Film macht etwas ganz anderes. Un Film fait autre chose. Und hat mit stehenden Bildern wenig zu tun. Et il n'a pas grand chose à voir avec les images fixe. Ich könnte mir sogar Filme vorstellen ohne Bild. Je peux même imaginer des Films sans images. Da beruht das Nacheinander der Eindrücke. Das ist das Wesen des Films. Der Film hat also mit Musik viel mehr zu tun. Le Film ist davantage lié à la Musik. Als mit Bildern oder Texten. Que aux images et au Text. Also wenn ich Texte, Musik und Bilder verwende, ist das bereits eine polyphone Struktur. Wenn Sie gut sein sollen, reiben Sie sich aneinander, bilden Contraste und unterstützen sich nicht. Si ce rapport doit être de bonne qualité, il faut que ils se frontent entre eux. Et wenn sie gut sind, wenn sie gut sind, reiben Sie sich aneinander, aber unterstützen sich nicht. Mais ne se soutiennent pas les uns les autres. Ne. Also keine Affirmation. Pas d'affirmation, donc. sondern Contradiction. Mais la Contradiction, c'est cela qui compte. Adorno hatte dem Jahr vor seinem Tod die Absicht, mit mir ein Buch über Musik im Film zu schreiben. Un an avant sa mort, Adorno avait l'intention d'écrire avec moi un livre sur la Musik, le rôle de la Musik dans le cinéma. Das ist sozusagen, und das Kernthema wäre gewesen, eben diese Collisionen zwischen Text, Musik und Film. Et le sujet principal aurait été les Collisions entre le texte, la musique et le cinéma. Es entstehen Metamorphosen. Ce sont des Metamorphoses. Die selbe Bilderfolge kriegt mit Musik eine andere Bedeutung. La même succession d'images avec de la musique aura aussi un autre sens. Obama geht wie in einer Tagesschau. Die stufen zu einem Flugzeug hinaus und das Flugzeug startet. Aber mit der Musik aus Manon Lescaut von Schupuccini geschieht noch etwas Zweites. Et si on y ajoute la musique de Manon Lescaut de Puccini, et bien quelque chose d'autre se passe. Die Bewegungen werden skandiert. Les mouvements sont skandés. Man wird von der Information zurückgeworfen auf den einzelnen Eindruck. L'on est donc renvoyé à son impression. L'information renvoie donc impression individuelle. Nous renvoie donc à notre impression individuelle. Also die Bewegung wie ein Mitarbeiter zeigt wie die Choreographie gleich laufen wird. Wo soll der Präsident langlaufen? Das Warten der Wachen bevor sie die Tür des Helikopters öffnen. Das ist die Hauptsache wird dies was man bei jeder Tagesschau niemals wahrnehmen würde. Und das nennen wir Crossmapping. Et c'est donc ce qu'on appelle le Crossmapping. Zwei Landkarten die nicht zueinander passen übereinander legen. Une façon donc de superposer deux cartes qui ne correspondent pas. Wie bei einem Irrtum. Comme par Erreur. Und schon achten sie auf die Besonderheiten. Et voilà que vous faites attention aux Particularités. Und sie lesen andere Kontinuitäten. Und dann bauen wir neue Kontinuitäten. Et c'est ce que je voulais dire lorsque je parlais des Discontinuités puisque ainsi à un autre niveau quelque chose se passe. Aber die Kontinuité von Dada ist eine andere als die Kontinuität eines Festvortrags. La Kontinuité de Dada est autre chose que la Kontinuité d'un discours tenu lors d'une Fête. Mit Gewissheit. Certainement. Wir sind allerdings in einer äußerst gefährdeten Situation. Il se trouve néanmoins que nous sommes dans une Situation extrêmement dangereuse. Die Medien, die Warenwelt, die sind sehr verführerisch. Les médias et le monde des marchandises exercent un pouvoir séducteur. Das sind die Sirenen der dritten Natur. Ce sont les Sirenen de la troisième Natur, l'industrie. Und sie machen Raub und Anleihe Okkupation in der Libido selbst. Et colonise pour ainsi dire la Libido colonisation du Libido. Colonisation de Libido. Und das hat nicht die Gestalt der Unterdrückung, sondern der Befreiung. Dans l'apparence non pas de l'opression mais de la liberté. Libido die Person, die Subjektivität nähren und konstituieren kann, ist sie schon in fremden Besitz. Avant même que la Libido puisse nourrir la Subjektivité, eh bien elle appartient déjà à quelqu'un d'autre. Und ich stehe, wie Marx das ausdrücken würde, neben der Produktion meiner Person. Et comme Marx le dir je suis à côté, je me regarde, je suis spectateur de ma propre Produktion. Und dies hat allerdings eine Besonderheit. Diese Lebewesen, dieses Libido, ist nicht unterdrückbar. Sie ist tückischer als Odysseus je war. Il y a une Particularité, puisque cette Libido, cet être vivant, on ne peut pas soumettre. Sie wird Wege finden. Elle est plus vicieuse. Elle trouvera toujours des voies, d'échappé à ce cirque. et est plus ancienne que notre histoire. Je crois bien que cela ne va pas de soi que cette libido s'émancipe. Sie est une verraiterin. Elle est très très Très. Sie n'est pas Penelope. Ce n'est pas Penelope. n'est l'amour Penelope. Elle n'est Elle est parmi les gouvernantes, les soubrettes de Penelope. Qui vont pour les freies. Les jeunes femmes qui obéissent aux prétendants. Et si on les mette hängt, on les subjetivités um. Si on les exécutait, on tuerait la subjectivité. Si on les freies comme les médias, verliert man la verbindung entre la subjetivité et rest des Menschen. Si on les laissé aux prétendants, c'est-à-dire aux médias, eh bien on perdrait la relation avec cette subjetivité. Je pense c'est la front, la l'institut pour la 1932 contre le fascisme élevé, c'est-à-dire la philosophie contre le fascisme. Aujourd'hui, c'est nouveau, c'est-à-dire qui, c'est-à-dire contre les «sirenes » contre les neux Sirenes. Donc, il ne faudrait à mon sens ériger à nouveau le front qu'avait érigé l'Institut de recherche sociale en 1932 contre le fascisme. Il faudrait refaire cela aujourd'hui, mais pas diriger contre le fascisme. Mais les nouvelles Sirenes. Les nouvelles Sirenes, c'est-à-dire la récoltée de quelque chose, ce que le n'est pas possible. Ces nouvelles Sirenes, c'est ce que le capital n'est même pas capable de faire, mais porter à son maximum. la société de l'information est une éponge. Et elle nous dépossède. Et donc, je dois, il nous manque un verbe. Donc, il faut que je connecte les zones calmes de la subjectivité avec la conscience de soi. La rechte Hirnhälfte von Jaynes, die Jaynes beschreibt, est die sprache versteht, aber selbst nicht nicht spricht. L'hémisphère gauche de droit de Jaynes qui ne parle, mais comprend le langage. Qui parle, mais ne comprend pas. Non, ne parle pas. Qui ne parle pas, mais comprend le langage. Die hat mehr Zeit. A plus de temps. Und sie ist verbündet mit der Haut. Sie ist verbündet mit den Fußsohlen, die in Schuhen eingekerkert sind. Sehr empfindlich und auch sie haben Zeit. Sie sind die Arbeitslosen Sinne. Die Nase ist nicht mehr die des Hundes. Le nez n'est plus le nez du chien. Die flächen im Hirn wie früher der Nase dienten sind frei für die lateralisierung. Les aires du cerveau qui correspond au nez sont disponibles pour la lateralisation. So wird das Subjekt toleranter. Es kann 70 Eindrücke aufnehmen ohne zu schreien. Auf diese Weise entwickelt sich ohne dass wir es absichtlich fördern können eine neue Subjektivität. Wir müssen sie aufsammeln wie die Brüder Grimm die Märchen gesammelt haben. Wie die Brüder Grimm haben die Konten zu verbinden? So soit nous sommes assez rapide pour les recueillir dans des Recipients in Gefäße, in Räume, in Zeiten zu organisieren aber die Organisation kann nur die sein der Libido selbst. Oder wir verlieren sie. An einem Samstag Abend vor dem Fernseher haben wir alle Menschen bereits verloren. Die dort sind. Und nicht dort sind. Und auch nicht beim nächsten Medium. Wären zu wenige. Also müssen wir in der Fifth Avenue, mitten in den Medien, mitten in der Öffentlichkeit, mitten im Angriff der modernen Sirenen, gewissermaßen eine Gegensirene bauen. Sirene. Und haben eine andere Sirene im hohen milieu der attacke der Sirene wie sie hat. Und dafür sind die Chöre gut. Bei Sofocles haben sie die großen Chöre. Wer wäre heute ein solcher Chor? Das wären Deleuze, Guattari, Derrida, Onfrey, Didi Hubermann. Das wären wir alle, Deleuze, Guattari, Derrida, Onfrey, Didi Hubermann, Stiegler, Adorno, Musil, Benjamin, etc. Die Toten und die Lebenden, sind der Chor. Und dieser Chor ist stark. Und dieser Chor ist sehr stark, sehr puissant. Und dieser Chor ist sehr stark, sehr stark.